Herzlich Willkommen bei der Plastikfreien Großfamilie. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir stehen hier vor dem Kühlschrank und ich würde mal sagen, wir machen es auf und gucken, wie so ein Kühlschrank plastikfrei aussehen kann. So, fangen wir mal von oben an. Die Milch holen wir immer von Bauern, genauso auch unser Butter. Dann hier Obst und Gemüse sowie Kokosfett und Marmelade, Käse und Wurschenboxen sowie hier eine Tomatensoße, was ich alleine gemacht habe und noch reingetan habe. Ja, Senf, Ketchup, solche Sachen und unser Gemüse. Ja, so sieht es dann aus bei uns. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.